Tipp 1. Sollen strukturgleiche Datensätze auf Spalten aufgeteilt werden? Schreibe die einzelnen Elemente in der Form, in der du sie benötigst, in die daneben liegende Spalte. Markiere anschließend eine Zelle in einer der Spalten und drücke STRG-E. Nun wird automatisch dementsprechend aufgeteilt und vervollständigt. Tipp 2. Um Daten, die von einem einheitlichen Zeichen getrennt werden, zu trennen, gehst du wie folgt vor. Markiere die Spalte. Wähle oben im Menü Daten und anschließend Text in Spalten. In der Benutzeroberfläche wählst du nun getrennt und klickst auf Weiter. Beim Trennzeichen wählst du anschließend jenes Zeichen, was deine zusammenklebende Daten verbindet. Hier in meinem Fall das Leerzeichen. Anschließend klickst du nur noch auf Fertigstellen. Das war's. Tipp 3. Du hast eine Liste mit positiven und negativen Werten und willst diese einfacher erkennen? Markiere die Spalten, klicke anschließend auf Bedingte Formatierung, wähle dort den Punkt Farbskala aus. Nun werden die Werte im Farbspektrum Grün-Gelb-Rot hervorgehoben und sind einfach erkennbar. Tipp 4. Chaotische Datensätze. Kein Problem. Nutze die beiden Funktionen Glätten und Groß 2. Damit empfährst du überschüssige Leerzeichen und nur die Anfangsbuchstaben der Worte werden großgeschrieben. Tipp 5. Falls Spalten und Zeilen zu eng zusammengeschoben sind, markiere alles mit STRG und dem Buchstaben A. Bewege die Maus anschließend zwischen die Spaltenbezeichnungen. Wenn sich der Mauszeiger verändert, so wie hier, um die Spalte größer oder kleiner zu ziehen, klicke einfach doppelt. Jetzt werden alle Spalten und Zeilen in Abhängigkeit ihres Inhalts korrekt ausgerollt. Tipp 6. Du willst mehrere leere Zellen gleichzeitig löschen? Drücke F5 auf der Tastatur. Wähle anschließend den Button Inhalte. Im neuen Fenster wähle den Punkt Leerzeichen und klicke anschließend auf OK. Nun sind alle Leerzeichen markiert. Klicke im Menü Löschen nun auf Zellen löschen. Wähle anschließend Zellen nach oben verschieben und klicke auf OK. Tipp 7. Excel bietet über das Datenmenü hilfreiche Geoinformationen. Wähle dazu unter Daten den Punkt Geografie aus. Auf Basis vorgegebener Städte, Länder usw. kannst du dir spezifische Informationen in deine Tabelle holen. Tipp 8. Um Summen zu addieren, gibt es einen schnelleren Weg als die Summenformel. Einfach am Ende einer Spalte mit Zahlen, die addiert werden sollen, die Tastenkombination Alt, Shift und 0 drücken. Alle darüber liegenden Zellen werden nun addiert und die Summe an der Stelle ausgegeben. Tipp 9. Du brauchst zusätzliche Spalten oder Zeilen. Das geht einfacher als der umständliche Weg mit Rechtsklick hinzufügen. Markiere einfach eine Spalte oder Zeile und drücke anschließend Steuerung sowie das Pluszeichen auf der Tastatur, um eine Zeile oder Spalte zu ergänzen. Mit dem Minuszeichen anstelle des Pluszeichens kannst du die Spalte oder Zeile übrigens wieder entfernen. Tipp 10. Um schnell zwischen Tabellenblättern zu wechseln, drücke einfach die Tastenkombination Steuerung sowie Bild auf bzw. Bild ab. So kannst du schnell zwischen den einzelnen Tabellenblättern herumblättern. Tipp 11. Um eine Zelle als absoluten Bezugspunkt festzulegen, musst du Dollarzeichen ergänzen. Manuell ist das mitunter umständlich. Einfacher geht das, indem du die Taste F4 drückst, wenn du den entsprechenden Bezug in der Zeile markiert hast. Tipp 12. Um unterschiedlich formatierten Text schnell identisch anzugleichen, markiere diesen und drücke anschließend die Taste Steuerung und 1. Tipp 13. Um anstelle einer Formel nur die tatsächlichen Werte einzufügen, nutzt du am besten die Tastenkombination Steuerung plus Alttaste plus V. So werden nur die kopierten Werte eingefügt, nicht aber die ganze Formel. Tipp 14. Schwierigkeiten bei komplexen Excel-Tabellen, die richtige Spalte zur Bearbeitung zu wählen? Navigiere mit dem Cursor an die richtige Stelle und drücke anschließend die Taste F2. Nun kannst du den Inhalt der Zelle bearbeiten. Tipp 15. Um schnell eine ganze Zeile oder Spalte zu markieren, kannst du die Tastenkombination Steuerung und Leertaste oder die Tastenkombination Shift und Leertaste benutzen. Tipp 16. Wie bekommt eine Zelle schnell einen Rahmen? Mit der Tastenkombination Steuerung plus Shift und der Unterstrich-Taste. Tipp 17. Wer in einer Zelle schnell das heutige Datum benötigt, bekommt dies mit der Tastenkombination Steuerung und der Punkt-Taste direkt eingefügt. Tipp 18. Wie bricht man Text in einer Zelle um, sodass dieser mehrzeilig wird? Das geht ganz einfach. Einfach während ihr den Text schreibt, die Tastenkombination Alt und Enter drücken. Dann wird der Text in eine neue Zeile umgebrochen. Tipp 19. Den meisten dürfte dieser Trick bekannt sein. Falls nicht, um eine Formel in eine benachbarte Zelle zu übertragen, kann einfach der Rahmen über den Auswahlpunkt über die ganze Zeile hinweg gezogen werden. Die Formel, hier im Video die Summenformel, wird nun analog für alle Spalten angewendet. Einfacher als siebenmal die Summenformel manuell zu schreiben. Tipp 20. Plausibilitätsprüfung geht in Excel ganz einfach. Bei einer Formel wie der Summenformel einfach in das Formelfeld bei den Zellenbezeichnungen klicken. Anschließend die Taste F9 drücken. Schon gibt es eine Vorschau aufs Ergebnis. Und mit ein bisschen Mitdenken kann man schnell herausfinden, ob das Ergebnis, das hier als Vorschau angezeigt wird, plausibel ist oder nicht. Tipp 21. Der X-Verweis oder XLogup ist wie seine verwandten S-Verweis und H-Verweis das ultimative Tool zur Datenanalyse und Datenfilterung-Zuordnung. Zuerst legen wir fest, welche Werte gesucht werden sollen, gefolgt vom Bereich, in dem gesucht werden soll. Und abgeschlossen wird das Ganze vom Bereich, in dem die Werte zu finden sein sollen. Wenn wir das Ganze nun ausführen, finden wir auch direkt das gewünschte Ergebnis. Tipp 22. Der schnellste Weg, komplexe Datensätze zu filtern. Dann markiere die Spalten, klicke im Menü auf Daten und anschließend auf Filter. Nun kannst du die einzelnen Spalten beliebig filtern. Etwa nach bestimmten Werten. Oder nach Werten, die größer, kleiner oder exakt einem Parameter entsprechen oder der Färbung einer bestimmten Zelle und vieles mehr. Tipp 23. Unsicher, wie mit Daten zu verfahren ist? Einfach ins Startmenü von Excel gehen und ganz rechts auf Datenanalyse klicken. Excel schlägt dann mögliche Graphen oder Pivot-Tabellen vor, die zum Datensatz passen könnten. Einfach eine geniale Hilfe. Tipp 24. Du brauchst Vorschläge, wie die Daten visualisiert werden können. Einfach die Spalte markieren und anschließend dieses winzige Symbol, das wir hier unten sehen, für die Schnellanalyse anklicken. Schon erhältst du auch hier einige hilfreiche, unmittelbar umsetzbare Vorschläge. Tipp 25. Eine Liste an Auswahlmöglichkeiten vorgeben. Geht mit Excel natürlich auch. Ganz einfach. Einfach die Zelle markieren, anschließend auf Daten klicken und dann auf Datenüberprüfung. Im sich öffnenden Fenster nun den Punkt Liste auswählen und die Werte, getrennt durch Semikolon, eintragen. Fertig ist das Dropdown-Menü, welches fixe Auswahlmöglichkeiten vorgibt. Tipp 26. Duplikate sind ärgerlich, unschnell gefunden und entfernt. Einfach die Zelle markieren, auf den Menüpunkt Daten klicken und anschließend auf Duplikate entfernen. Nach einem Mausklick sind sie weg. Fertig. Tipp 27. Sollen Dupletten nicht entfernt bzw. eindeutige Werte nicht hervorgehoben werden, hilft die bedingte Formatierung. Hier einfach die entsprechende Auswahl für eindeutige Werte treffen und staunen. Tipp 28. Autofill ist eine der cleversten Funktionen von Excel. Wenn Excel eine Systematik erkennt, wie hier beim Namen, schlägt es eine Ergänzung über die Spalte vor. Es genügt dann, einfach die Enter-Taste zu drücken. Schon wird das vorherige Schema für die ganze Spalte umgesetzt. Tipp 29. Autofill gibt es außerdem auch für andere gleichstrukturierte Daten. Hierzu einfach die ersten 2-3 Einträge einer Zelle markieren und dann über den Kontaktpunkt nach unten ziehen. Schon wird die Struktur automatisch aufgefüllt. Tipp 30. Die Struktur der Daten soll um 90 Grad gedreht werden. Geht mit Transponieren tatsächlich ganz leicht. Einfach die Daten markieren, kopieren und beim Einfügen die Option Transponieren anklicken. Tipp 31. Legt eine umfangreiche Excel-Liste vor, bei der die oberste Zeile mit den Spaltenbeschriftungen erhalten bleiben soll, hilft die Funktion Fenster fixieren. Dazu unter Ansicht einfach Fenster fixieren anklicken, vorher den zu fixierenden Bereich natürlich auswählen in der Excel-Tabelle und dann bleibt dieser Bereich auch fix stehen, wenn man in der Tabelle scrollt. Tipp 32. Maximal flexible Tabellen benötigt. Einfach den Inhalt markieren, dann auf Einfügen klicken und anschließend auf Empfohlene Pivot-Tabellen. Im neuen Fenster nun die Tabelle auswählen, die dem gewünschten Ziel entspricht. Über das rechte Menü lässt sich die Pivot-Tabelle darüber hinaus individuell konfigurieren und anpassen. Tipp 33. Noch mehr Tricks rund um Tabellen? Na klar. Markiere deine Tabelle, klicke anschließend auf Einfügen und dann auf Tabelle. Bestätige das neue Fenster mit OK. Markiere eine der Zellen in der Tabelle. Wähle unter Einfügen nun den Punkt Datenschnitt aus. Nun erhältst du ein dynamisches Hilfsmenü, in welchem du die passenden Datensätze ein- oder ausblenden kannst, wie ein Zusammenschnitt. Tipp 34. Nur bestimmte Werte sollen farblich hervorgehoben werden? Dann gehe über Start und anschließend bedingte Formatierung. Wähle Zellen hervorheben und anschließend größer als. Trage im neuen Fenster den Wert ein, ab dem Zellen hervorgehoben werden sollen und mit welcher farblichen Hervorhebung. Fertig. Tipp 35. Du brauchst anstelle farbiger Markierungen einen Text? Das geht mit der IF-Funktion. Wenn die Bedingung erfüllt ist, kannst du einen Text oder eine andere Formel ausliefern lassen. Falls die Bedingung nicht erfüllt ist, nun ja, dann kannst du eben eine alternative Ausgabe liefern. Tipp 36. Jeder kennt die Summenformel. Aber kennst du auch die Summenformel, wenn nur eine bestimmte Bedingung erfüllt ist? Das geht ganz einfach. Zuerst legst du die Formel mit Summe wenn S an. Der erste Parameter ist der Bereich, der addiert werden soll. Der zweite Parameter ist der Bereich, in dem die zu erfüllende Bedingung gesucht werden soll. Und der dritte Parameter ist schließlich die Bedingung, die erfüllt werden soll. Tipp 37. Es gibt nichts Nervigeres als eine Division durch Nullfehler. Aber es gibt hierfür auch eine Lösung. Die Formel wenn Fehler. Hier kannst du deine Funktion durchlaufen lassen. Und sobald ein bestimmter Fehler auftritt, erhältst du als Informationstext etwas hilfreicheres als die Vision durch Null. Tipp 38. Du möchtest nicht jeden Eintrag einzeln editieren? Gesagt, getan. Klicke im Startmenü von Excel auf Suchen und Auswählen. Anschließend auf Suchen. Suche nun den gewünschten Text und klicke auf Alle suchen. Wenn deine Auswahl passt, kannst du alles über einen Wechsel in den Reiter Ersetzen in einem RUG ersetzen lassen. Tipp 39. Wusstest du, dass du Spalten und Zellen individuell benennen und abrufen kannst? Markiere dazu einfach einen Zellenabschnitt. Klicke anschließend da oben links in die Namebox-Benennung. Du kannst dort nun einen individuellen Namen für die vorher markierten Zellen auswählen. Schreibst du in eine beliebige andere Zelle das Ist-Gleichzeichen, gefolgt von dem von dir vergebenen Namen, erscheinen dort die zuvor ausgewählten und benannten Zellen. Tipp 40. Wie viele leere Zellen sind eigentlich in einem Tabellenabschnitt? Ganz einfach feststellbar mit der Funktion Anzahl leere Zellen. Einfach den Suchbereich auf die Tabelle ausweiten und schnell erfahren, wie viele Lücken es gibt. Gerade bei sehr großen Tabellen sehr hilfreich. Tipp 41. Wie viele Produkte müssen verkauft werden, um einen bestimmten Zielumsatz zu erreichen? Mit der Was-wäre-wenn-Funktion ist das ganz einfach zu ermitteln. Einfach unter Daten auf Was-wäre-wenn klicken und anschließend auf Zielwertsuche. Bei Zielzelle die Zelle auswählen, die den Gesamtbetrag enthält, der am Ende als Summe erreicht werden soll. Bei Zielwert den Wertpunkt auswählen, der vorgegeben und erreicht werden soll. Anschließend die veränderbare Zelle festlegen, also in dem Fall die Zelle mit der Produktanzahl. Nach Klicken auf OK errechne Excel den notwendigen Zielwert, um den Gesamtbetrag zu erreichen. Tipp 42. Schnelle Umwandlung benötigt? Mit der Funktion Umwandeln kein Problem. Einfach den Wert, die Maßeinheit des Ausgangswerts und die Zieleinheit des Werts einstellen, der gewünscht ist. Fertig. Tipp 43. Daten dynamisch aus dem Web laden? Das geht mit Excel tatsächlich auch ganz einfach. Unter Daten auf Aus dem Web klicken. Anschließend die Datenquelle, also die URL wählen und laden lassen. Wenn das Ergebnis zusagt, dieses direkt importieren. Tipp 44. Daten sortieren scheint in Excel kein Problem zu sein. Dennoch gibt es dafür auch eine Funktion Namen sortieren. Diese liefert eine auf- oder absteigende Liste von Werten aus einem vorher definierten Zielbereich und kann sehr hilfreich sein. Tipp 45. In der Infobar werden viele hilfreiche Werte wie Anzahl, Summe oder Mittelwert angezeigt. Meistens fällt das gar nicht auf. Aber einfach vorher den gewünschten Tabellenausschnitt markieren und schnell an diese Infos kommen. Und übrigens, Rechtsklick in die Infobar eröffnet weitere Möglichkeiten wie etwa Min- oder Max-Werte. Tipp 46. Sehr viele Zeilen gleichzeitig benötigt oder auch Spalten. Klar, das geht auch mit STRG und dem Pluszeichen. Schneller ist aber, eine Zeile hinzufügen, dann die gewünschte Anzahl an Zeilen nach unten ausgehend von dieser Zeile markieren. Anschließend Rechtsklick in die Zeilenzahl der neu angelegten Zeile und dann Zeilen hinzufügen wählen. So werden so viele Zeilen ergänzt, wie vorher Zeilen markiert wurden. around für